So, jedenfalls habe ich jetzt ein neues Solari und einen Mönch. Erstmal den Marktplatz upgraden. Ah, sehr schön. Heyo. Irgendwie muss ich sagen, das Zeitfenster dieser Mission ist recht kacke. wenn man darf eigentlich nicht zu früh aber auch nicht zu lang trödeln mit dem beruf eigentlich ist es besser wenn man die berufs erst irgendwie findet bevor man sie angreift das problem ist mein solari hat immer irgendwie den drang sofort auf alles loszugehen was sie sieht jetzt hat sie gerade nicht mal bock irgendwas zu machen ach weil ich guard hauses gebaut habe keine gothäuser da sind gleich schon mal goblins sovereign your marketplace now serves you better your highness the palace renovations are finished in the name of the sovereign your majesty a new building is complete das sieht so jämmerlich aus das bringt echt nichts wenn die leute ein hohes level haben aber trotzdem eigentlich schwach wie sau sind jetzt erstmal beide marktplätze upgraden richtig eigentlich sollte ich gleich schon mich um den dritten dann kümmern ich habe gerade keinen wirklichen platz also erstmal eine ranger gilde und irgendwas klackert hier komisch also das war der tempel of helia sovereign a building has been upgraded schmeiße ich dich mal da raus dass du exploren gehst das war der tempel of helia der tempel of helia deswegen hoffe ich ja dass die bauarbeit mal aufhören die tax collectors ähm oh da ist das zweite aber ich bin mir aber nicht sicher ob ich weiß dass du das einreißen sollst komm ich mach dir mal sicherheitshalber angst das ist das geld nämlich besser investiert als wenn du wieder mal einen markplatz gefährdest ich weiß wie es ist schon mal wo zwei von den dingern sind ich weiß dass ich nicht mein tax collector umbringen will Tax-Collector. My Gold, Your Majesty. I serve with pleasure. Tax-Collector. Sovereign, a building has been upgraded. You are playing with fire. My Gold, Your Majesty. I serve with pleasure. Wieder fliegen in Terror. Ah, nein, kein Gathaus. Eine Warrior-Guild hätte ich jetzt gerne mal. Der Drache können mir jetzt wieder das Genick brechen. Oh, er haut ab, Gott sei Dank. Ein Inn, dass wir eine F-Notch gleich noch hinterher bauen können. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Tax collector. Tax collector. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Er ist ein Bungalow. Mehr kalt, Deine Majestät. Deine Majestät, die Elbe wollen unser prospereites König. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Da ist schon mal die Gambling Hall. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Deine Majestät, dein Kurs ist jetzt besser. Ich weiß. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. Wir wissen schon mal, wo zwei von den Burrows sind. Deine Majestät, dein Kurs ist jetzt besser. Deine Majestät, ein neues Gebäude ist vollendet. So, ein Paladin, bitte. So, und dann den Marktplatz upgrade. Okay, mein Projekter hat's ja erwischt. Na, das sieht grad spannend aus. Das ist übrigens jetzt der Goblinangriff. Sovran, your Marketplace now serves you better. So. So. Oh. Ach, da ich die Gambling Hall hab. Gib mir den Elf. In the name of the Sovereign. That's Collector. In the name of the Sovereign. Oh. Wisst ihr was? Ich fackel mal hier ein bisschen. Das bringt wirklich saumäßig viel. The unholy one of the Sovereign. Sovereign! A building has been upgraded. In the name of the Sovereign. So, als nächstes brauche ich eine Wizard Guild. The unholy one of you. Dann mehr Temple of Helia und mehr Ranger Guilden. Bilden. Oh myah. Hm. Ich glaub ich, ich glaub ich bau das Sorceress und Bode wieder auf. Oh myah. Oh myah. Oh myah. Oh myah. In the name of the Sovereign. Oh myah. Mark gold, your majesty. Market day. Market day. Market day. Good, good, good. Oh myah. Oh myah. Oh myah. Wo ist es denn? Das kann ich noch gar nicht. Jetzt kann ich eine Library bauen. So und jetzt sollten wir uns auch langsam mal dran machen, die Dinge einzuweisen. Das hat mich grad'n Haufen Geld gekostet. The rest? Sovereign